Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Gut, machen wir es so. Ja, genau. Interessant, ne? Das kriegt ein Erbenbelast, das Bild. So, was brauchen die denn noch? Sie haben Holzfliesen, sie haben Metall, lange Bretter, Holzball. Brauen tun sie noch nichts. So, dann waren wir eigentlich jetzt fertig, ne? Was für eine halbe Mille eingenommen. Was haben wir denn da noch zu fahren? Das wird auch dauern. Ja, kann ich auch wieder loslegen. Ja, damit waren wir fertig. Taxifahren. Schön. So. Dann. Und mal wieder unser Lieblingshänger. Den können wir quasi verkaufen. Das ist so. Dann geht es den zweiten Stapel, da hinten loszuwerden. Wollen wir mal, ob wir da hinten hinkommen. Was bist du? Wursch, nein. Oh Gott. Was ist denn mit dem Holzfäller? Geht ja nicht. Was ist denn mit dem Holzfäller? Was ist denn mit dem Holzfäller? Sollte reichen. Ah, fürs Warmwerden ist gar nicht so schlecht. Ja, wer will denn mitmachen? Kann man gerade mal den ganzen kleinen Gramm erst mal aufladen. Das Sägewerk wird auf jeden Fall was zu tun haben. Aber warum der Holzfäller-Mod jetzt nicht funktioniert? Da stehe ich zu jetzt nicht. Ach ja, hups. Das wollte ich nicht, ey. Was ist denn da? Sollte reichen. Sollte reichen. Sollte reichen. Sollte reichen. Was ist da noch? Ja, so viel Schmerz, oh Junge Junge, die kleinen Dinge sind ja am schlimmsten, ey. Hab ich mir fast schon gedacht. Ja, so viel Schmerz. Wie viele Jahre sind wir denn eigentlich schon jetzt hier auf Deck hatte? Keine Übersicht, schade. Egal, passt schon. Das passt schon. Das war die Aufmerksamkeit, so viel Schmerz. Das war's, ich hab's. Das war's. Das war's für heute. Ich frage mich nur, wer die mir da alle so hingeschmissen hat. Was ist denn heute los? Frosch im Hals oder was? 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 mag zwar nicht besonders viel drauf sein aber für die führer muss es reichen warum er wieder um fliegt so hier kommen sägewerk also ja dann haben wir auch etwas dafür getan zwar weniger als ich erhofft hatte aber es läuft es lügt obwohl er wieder acc in den finger juckt hat es wirklich so ich raff es einfach warte bis der zug weg ist du siehst du noch und willst drüber fahren ich werde einfach mal geräumt mann 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 das gibt es nicht ich glaube ich habe so viele clips wo ich so oft gerammt worden bin macht ja richtig macht ja richtig spaß mann 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 aber so ist es ja gut die eine ladung die eine ladung soll es mutter mal als darf ich noch mal reichen dann sprühen wir mal zum nächsten tag vor wir bräuchten ja dann nur noch eine lieferung von den von denen wie heißen sie aber ich habe das bild vor mir von den schönen blanken so das soll es auch an der stelle gewesen sein läuft 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 so das soll es auch an der stelle gewesen sein was teile geschirr sollte aber für die produktion eigentlich reichen wir machen unser erstes hack schnitzel hack schnitzel obwohl ich ja lieber den anderen das andere biste finden aber passt schon das passt schon die zeit vorspulen lassen gibt es sowieso wieder geld auch die entwicklung da von der achterbahn das würde ich gerne mal angucken die produktion das war's was wir brauchen 404 304 Treppengeländer. ich war jetzt macht man es aber ich will endlich wissen wie es weitergeht es ich es 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 Und dann sieht man aus, dass hier was abläuft. Ich glaube dahin. Da ist doch was. Jetzt lassen wir uns mal zur Werfte hingehen. Uh, uh, spektakulär. Nee, das stand doch schon, oder? Nee, stand nicht. Oh ja, das Gerippe. Das Gerippe fängt ja schon an, schön. Oh, das ist ja nicht schlecht. Ob man da noch einen Abschlussbonus bekommt? So, aber gut, für die... Oh ja, da wurde wieder was hinzugefügt. Da wurde was hinzugefügt. Na, da haben wir wieder... Da haben wir aber ordentlich zugelangt, ey. Gut, dann würde ich sagen, kann man hier mal dann auch die Folge wählen. Ja, lang genug jetzt. Wie war's? Vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. A. A. Vielen Dank.